was hä what the fuck fifa jo super flippo ach du scheisse nächster clip gönnt euch gönnt euch gönnt euch richtig gönnt euch hart scheisse ey da war aber Walkout Walkout heißt 25 Rashford Rashford was geht ab oh mein Gott let's go ihr Ficker wen wollen ihr ficken ist das der Ausgleich holt sich den Ball dem eigenen Sechzehner alles wieder aus bitte oh mein Gott Akin Fenward was geht ab lol what the fuck halt sein Maul alter made my day ganze Tag gerettet digger der Typ hat keinen Bock mehr komm schließ dein scheiß game scheint das Spiel einfach nicht zu jucken was ich mache da und wieder und wieder und wieder das Spiel ist so schlecht das Spiel ist so schlecht man und wieder und wieder auch die sind so letzte die die hälfte ab Was passiert hier? Oh mein Gott! Holy Shit! Hä? Was war das? Lol! Alter! Gnabry ist erst mal mit Lichtgeschwindigkeit übers Feld Start! Walkout! Walkout! Let's go! Brasilien! Neymar! Oh mein Gott! Ich hab Neymar gezogen! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab Neymar auf Aufnahme! Ich hab Neymar auf Aufnahme! Ich hab Neymar auf Aufnahme! Kuss in die Kamera! Was? Hallo! Hahaha! Wait! 7-8? Lol! Habt ihr das grad unten auf dem Ding gesehen? Ich dachte grad eben ich lieg hinten mit einem Tor und hätte es vergessen! Ja! Hahaha! Ja, Mann! Ach du Scheiße, Alter! Oh, auf sowas hab ich gehofft! Oh mein Gott, Alter! Endlich Momentum auf meiner Seite! Ich fass es nicht! Da leider wird er nur mit Käse kassiert, ne? Er muss noch mal meine Streams machen! Meine Streams muss er dir reinziehen, Kollege! Kannst du sehr viel lernen, ne? Ich sag's euch, Digga, diese Pässe, ne? Es ist der Wahnsinn! So schlimm! Hahaha! Hehehe! Chewie! Da ist Platz! Oh, viel Platz jetzt! Jetzt macht er ein Eigenton! Jetzt müssen ihn die Mitspieler erstmal aufrichten! Ja, Walkout! Walkout? In Form Walkout! Schau auf Felix! Schau auf Felix! Schau auf Felix, bitte! Schau auf Felix! Yo! Hohoho! Baby! Let's go! Oh, shit! Komm, 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 komm! Na, was? Hahaha! Was ist das? Die Mission 3! Die Mission 3! Die Mission 3! Die Mission 3! Die Mission 4! Die Mission 4! Die Mission 8! Das klappt immer! Das klappt immer! Das klappt immer! Das klappt immer! Und meinst du, wie gut der Roter ist? ACH! DU! Scheiße! Was war das denn für ein kranker Strahl, leck mir die Eier. Da hat er leider nur mit Kessie kassiert, na was soll ich sagen. Oh, work out. Info-Walkout, glaube ich, ne? Portugal. Stürmer! Ich habe nicht an Joe Felix gedacht. Ich dachte kurz, wir ziehen Ronaldo. Was ist denn das? Das ist ein Clip. Nein, ich schieb den daneben, weil ich ein dreckiger Bastard bin. Ich bin einfach ein dreckiger Bastard. Ich bin so scheiße heute. Es ist einfach schlecht. Die von diesem Benutzer auf unserer Plattform hochgeladen wurden, haben wir... Die Nachricht jetzt weg. Oh mein Gott, der hat noch mehr geschrieben. Oh, wenn er wüsste. Oh mein Gott, der hat noch mehr geschrieben. Ja, jetzt gibt es die zweite Welt. Oh mein Gott, das hat er noch geschrieben, als er es noch nicht wusste, was passieren wird. Oh, scheiße. Boah, da muss ich eigentlich alles auswählen. Es ist wie jetzt ein Walkout. Immerhin. Es ist Mohamed Salah. Pah, hier hast du, Dennis. Was geht ab? Ich weiß nicht, was ein Abwehrspieler macht. Jetzt bitte guck euch an, was ein Torwart aber macht, Chad. Was macht der? Hä? Der Schuss geht wo ganz anders hin. Der geht links ins... Der geht links ins... Haha. Vielen Dank.